hallo ja es ist wieder smart toll schon wieder spielt jemand smart warum es ist omnipotenz also so dies wird einiges geändert in smart das ganze matchmaking ist anders geworden also eine kür reinzukommen aber ich spiele heute das omnipotenz weil ich habe eine lustige idee das hat mit göttern zu tun ja toll in smart spiel mit göttern ja aber es sind 13 zeilen und 8 spalten auch spalten 13 zeilen ja jetzt habe ich mir folgendes überlegt ich werde kurz raus deswegen hat man kein ton was ist wenn ich eine zufällige zahl ermittel ich habe kurz ausgetestet und ich habe ewig gebraucht bis ich diese festaufnahme wieder hatte dazu musste ich ja nur unter youtube unter chrome geht die einstellung geht ja es ist sehr einfach aber es ist machbar ich habe es endlich wieder und ich habe das 1 von 13 zufällige zahl zum beispiel 6 das suche ich so dass du jetzt die sechste zeile also 6 der zeile und es muss eine unter acht hoffentlich kommen 2 der zweite gott gut dann gehe ich wieder ins meint das mal wieder aus sonst stört es mich die ganze zeit ja ich kann auch das meint auf fenster aufnahme machen aber das da kann ich spielen also wir haben die sechste zeile 2 3 4 5 6 2 gott ok wir spielen jetzt super genau das habe ich mir überlegt ich wollte ich einfach so ein normales omnipotenz spiel wo ich bei da ist er baron spiele just for fun nein baron ist ja langweilig der zu spiele top spielen ist auch langweilig ist lustig aber ich will mal dieses gehen ja gut ja es ist doch langweilig wenn ich selber aussuche so macht der zufalls generator mal schauen was rauskommt eine minute 17 sehe ich was los ist das nächste mal schaue ich wie weit langs dauert und wird euch die zeiten bis zur quede rauskürzen da die jetzt konstant sind eine minute finde ich mit hoher wahrscheinlichkeit ein game ich hatte schon öfters dass sie dann kein game gefunden habe aber da habe ich die höhere priorität beim nächsten suchen nach zehn minuten ungefähr und dann letztes letzten freitag war ja omnipotenz mit draft und band system da so 15 minuten lang gewartet bis ich überhaupt ein game hatte weil da niemand rausgelieft ist nein geht nicht mein profil ist immer dasselbe ich spiele meisten clash ja es ist traurig aber war dann das sollte ja aber es ist kein arena dabei was schon mal gut ist ach ja was auch neues ist die wie viele achievements man bekommen hat also die punkte davon zum beispiel die punkte wie viel sie bekommen sie wenn dann dazu gefügt könnte ich auch mal machen und game ich bin gut ich hasse gut hier okay er ist cool er macht echt spaß aber ist einfach nur stress wenn es ist dass wirklich nicht zeigen oder doch ist doch klar das ist doch klar loki ist hier muss also wenn ich hier kein loki finden warum legt es gerade meine cpu ist 8 prozent nur ausgelastet the fuck warum leckst du ich hoffe es leckt nicht im spiel das muss ich kurz schauen woran das liegt das tank mein gott nie war pick doch einfach mit einem gott ich hoffe ich bekomme keine war bei diesen zufälligen ich streue mich ja nur war zu spielen warum ganz einfach was muss was die war hier macht du stehst einfach der base stein und schon hast du mit der mensch aus jeder deswegen mag ich lieber das drop-in-bann system von omnipotent weit wird da wird fast jedes mal logique band wow der loki so schnell blick natürlich wird ja mein loki dabei sein aber er ist eins und ist nicht mal level 30 und ist klar ich dachte jetzt kommt heute der loki main the fuck ist das gegner team weil da silber 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 vor allem eskalation vom level mit level 10 und dann nicht mal level 30 ja lol die sind alle vom team sind höher als vier vom gegner team ach ja und ich trägt eben bei energy drink in der rockstar weil ich so müde bin jetzt ist er fertig gut ich brauche jetzt mal dass es jetzt blessing weil ich die mein gott wirst du das immer noch so laut schnauze und dann brauche ich einfach mal boots scheißegal warte physisch 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 ach die brauchen den überwärts sich erst jetzt soll ich das physisch bauen physisch 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 warum nicht aber da brauche ich auch mal ich gebe den auf den sack und blink ich mag blink ja ist ja viel besser mit der lautstärke warum geht jeder aber zuerst bitte geht weg doch ich mache zuerst mein speedcam ist mir egal ich schlag die hier war hier ein okay ja piercen loki ja los wo bist du ich mache noch kein damage merke ich bleib da bleib da ich muss mich hoch ich habe gerade mit meinen hier gekillt oder was ist da los ja ist gut ich warte auf dich da kommt nicht mehr ich kann ich hochheilen sehr ruhig links ist einer so ein zerber russ warte big wird doch die cool dann runter gesetzt wenn ich die schade ach die haben wir noch einen schwebbelanke mann mhm uuh juhuu hallo tschüss 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 Goodbye Mach mal Huren zu, oder? Nein Zwo, die kann mich stun, ich will nicht Alter, es kommt der doch daher Warum? Drei Stück! Leute! Ne, der kann nicht stun, ohne Ult Wer hat da... Wieso hat Odin schon so viele Kills, Leuts? Ah, Noobis mit 0-3 Ey, diesmal bleibt mir doch so niedrig Seid ihr, die Noobs? Ah, wir haben Challenge schon NICHTICH MEIN BUFF! Ups Ich will das da Nice Ich könnte mal healen, mal leveln Könnte ich mich besser heilen, aber ich will auch mehr Damage machen mit dem her Okay, das ist... Das ist mal nämlich ein heal Danach mach ich den heal hoch Backt der? JA MANN! Er backt! Du Opfer So ist das! Ich spiel' der Zauberer So ist das! Ich spiel' der Zauberer! Was will der denn? Ich spiel' der Zauberer! Ey, das ist nein nicht! Das ist ja das Dauerheal, ne? Du bist ja nicht mitgepft! Ja! Ich spiel' mit! tsch Hallo Ey könnt ihr da bleiben? Ich will kurz hochheilen Heil 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 Fuck Doch ich hab noch erwischt Nooo Mist ich wollte noch Mist NEIN Das war eine dumme Aktion ich weiss Ich hasse mich selber dafür Aber das nächste wird lustig Na was geht ab Erstmal was trinken Prost Warte mal Ach der dauert mir soviel damit zugefügt Ich sollte noch nicht towerdifen wenn ich noch nicht soviel heile oder noch nicht soviel aushalte Als Level 8 zu Dauerdifen ist nicht das beste Easy Dankeschön Ich hasse Das Was Ich wollte eigentlich n- Nein fuck Ich- 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 Leute, Leute, stirbt nicht, stirbt nicht, stirbt nicht, stirbt nicht, stirbt nicht, stirbt nicht, du stirbst nicht, nein, 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 sich hin. Alter, dieser Moment. Der ist so episch. Fick dich. Okay, darf ich nicht sagen, das ist nicht normal. Nein, nein. Nein, ich bin gestunnt. Nein. Ich bin unter Stress. Lass mich. Das ist mein Buff. Ist mir egal. Oh, dieser Eskalation. Sag mal. Junge. Nein. Oh, der Ding. Warte. Hä, wieso habe ich gerade 2 Buffs? Aua, macht der Damage. Bleib mal da, ich will mich heilen. Sorry, das war der Rockstar. Oh ja, der braucht Kraft. Nein. 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 Der war ja richtig verkackt. Oh, ich bekomme einen Kill. Nach all den Heil, alter. Der Luki ist weg. Alter, die sei hier. Der ist so übel. Nein. 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 Ich kann nicht alles heilen. Weil das mein Tod ist, aber ich ist meins. Weg. Weg. Meins. Oh, das ist ja Feinde. Oh, hallo. Oh, hallo. Okay, ich will dich heilen. 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 Der ist tot. Jiiiihihi Wollt ihr nicht auf? Out of my way! Out of my way! Fight me! Nein! Verpiss dich! Iiiiih, da seid ihr! Ich kann euch heilen! Ich kann euch heilen! Oh mein Gott, der wird ja weg! Ich kann euch heilen! Oh mein Gott! Immer dieser Heel! Big Heel kommt raus! Big Heel kommt raus! Big Heel kommt raus! RIP! Meine Fresse, Alter! Ist das anstrengend! Ich hoffe, danach bekomme ich kein Gugend. Ich kann euch mehr, Alter! Ich will nicht mehr! Wieso verkack ich immer? Ja! Ich hasse mich selber! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, wo oben und unten ist! Einfach auf der ist da! Und der ist da! Ja! Was kauf jetzt nicht das! Nackst das! Äh, der, 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 hey! Ich hab 3-3! 17 Assists! So wie die... Okay, die Wahrheit ist ja klar... Warte, das will ich auch nicht! Ich hab bitte gehiltert! Wird mich auch unanwendet! Äh... Äh... Das meinte ich! Das meinte ich! Äh... Pfff... Das einfach... Ich bin Arschig! Ich mach das jetzt! Was! Ähä... Schläppchen! 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 Ich mach das! Mit einer... Doch mit einer ... Oho, mit einer Toplarone! Schaff ich das! Ich hab dich vor! Geht der auf Damage? da ist odin oder oh mein fucking gott nein das war sein klo der hat mich abkalt kommt doch hier her ich heil mich selber dauernd du 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 ich schaff das nein verkackt schaffe ich das noch rechtzeitig er hat selber ich kann ich dich hier nicht heilen kommer text text ich sterbe ich sterbe was habe ich so viel damage bekommen ich glaube ich brauche noch physische protection item was cool ist so wie das recht ausgeglichen eigentlich top damit top kills top gold top mitigate ist immer was anderes der gläser loki 88 dafür ist das so klein ist doch ein smurf account oder ist es wirklich der beweis dass man nicht viel skippen ich hätte bei dornen schild aktivieren können und ich hätte gar keine angriffen das wäre auch dumm und fort meint sorry nun war ich meine arse juckt ich komme gleich ich kann nicht zu dir ich kann zu verreckt nicht zu dir oh mein gott oh mein gott ich schreck dich ich hasse es ich hasse es okay mir geht auf den sack hier ist er oder auch nicht fuck meeeee ich bin einfach weggegangen ach ne das wollte ich gar nicht ich habe das andere schild stink ich wollte loki attacken aber habe mein eigenes team somit verraten was ich habe gar nicht aufgepasst der hat gerade gewonnen schottet ne ich habe damage bekommen ich muss mich hochheilen du hast echt gehört ich habe damage bekommen ich muss mich hochheilen sterben mein gott seid ihr anstrengend Mist ey wieso konnte ich sie gerade nicht heal oh mein gott ich bin so dumm die selbes zu stellen mit dem das ist abartig das ist paranormal oh mein gott wir haben ihn nein doch nicht Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Stopp! F***! Was? 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 Attackier doch den Phönix, du Fotzkopf! Meine Fresse! Hey! Shutdown! Oh, die schraubte Phönix! Nee! Hä? Gibt's denn... ÄHений ist dumm! ÄH�H Choice! Wahrscheinlich! Wir hätten es so easys Lorca finischen können... Aber keiner attack den Teil, äh, Phoenix, ey. Schau, wie viel Damage er mich reingedrückt hat. Hä, der hat ja viel mehr reingedrückt, aber egal. Der Fax war nicht nur 1300. Bro. Ah. Geht noch mal ein Damage an. Ah, bitte nicht, das wurde er jetzt gekauft. Oh. Ich will da mal was spielen. Ist mir so stressig. Hm. Loki, stirb nicht. Loki. Loki. Ich verfluche dich, wenn du stirbst. Heel. 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 Das ist einfach so Insta-Rip. Das ist so bescheuert. Nein, das ist jetzt gemacht. Nein. Okay. Alter, ich will nicht heilen, aber ich kann nicht. Warum konnte ich nicht heilen dauernd? Warte, der hat nicht so viele Crit-Reaktionen, der hat fast jeden schlanken Crit gemacht. Okay. Fast jeden schlank, von dem man ein Crit! Das Sackt! Ist was? Fick drauf. Kauf jetzt den da. Manticore-Droppings, make a great Wand-Binder. Okay. Okay. Die Dose ist leer, ich habe die Dose. Der Phoenix ist schön. Ich bin eins jetzt, was noch nicht... ...der was noch nicht im Level 20 ist. Das ist peinlich. Alle vom Krieger-Team sind das schon. Ah, fuck, ich konnte nicht mehr... ... Keine Worte dafür! Wieso sind die alle gestorben? Hä, wofür Anti-Heal? Hä, wofür Anti-Heal? Jetzt habe ich mehr Assists als so nü war. Traurig, aber wahr. Okay. Neuer Versuch... ...mit dem... ...zufalls-Generator jetzt. Dieses Game ist verloren. 33 Minuten! Junge! Dabei habe ich nicht viel gelabert, was? Das muss geändert werden. Da muss doch ein richtig gutes Game her! Boah, Alter, wenn das Hachiman oder so kommt. T-Work, T-Work, T-Work... ...ich weiß nicht. Also, mein Healing beträgt 36.000. Yo! Das ist ordentlich. 25 Minuten in das Game nur. Nur zwei Woten, ihr echt jetzt? Okay. Also, ich schieße gleich mal in die QV rein. Wie lange wird... ...vier Minuten, okay. Das gibt mir Zeit. Dafür wird es kurz wieder stumm. Und es kommt wieder das ins Spiel. Gut. Ermitteln. Schwich verarschen. Zwei. Ermitteln. Fünf. Okay. Zwei und fünf. Mal schauen, was das ist. Ich wollte gerade zwei eingeben. Zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein! Alles plus keine Ares! Ich suck mit ihm! Fuck! Okay. In der nächsten Aufnahme werdet ihr sehen, wie ich Ares spiele. Oder zumindest es versuche. Bis dahin. Die zwei, drei Minuten werde ich verkürzen. Viel Spaß! Und danke fürs Zuschauen. Ciao! Bis zum Ares-Game! Namimal! geht es với Ör-Taj14- Ew. war,